Heute noch mal vorm Schloss drum oben. Also beinahe. Jetzt fahren wir nochmal die Serpentine. Da war einer, der unter den Videos kommentiert hat, dass ich das ja Serpentine abgekürzt habe. Hier war versehen. Ich bin halt nicht um die Kurve rumgekommen. Das Ding wollte nicht ganz so wie ich wollte. So, jetzt scheißen wir durch. Also, geht doch. Oh Gott. Links. Links. So. Tada.